hallo ihr lieben menschen da draußen an den bildschirm willkommen zu einer weiteren folge von newcomer tv dem magazin für newcomer bands aus der region rhein-main und wir bewegen uns heute zu der newcomer tv nacht im april 2023 und ich möchte euch eine band vorstellen die sozusagen kontrollierten lärm macht also sie stehen für bewegungsgefühl bezogene unterhaltungsmusik kommen aus dem wunderbaren ort schöneck und ich möchte das jetzt einen gigantischen applaus für das tinnitus project spendet viel spaß ihr macht gefühlt bewegungsgefühl bezogene unterhaltungsmusik was kann man darunter verstehen außer dass es tanzmusik ist und dass es super geil sein soll was die legende so erzählt und mann und mann ich habe gehofft dass du jetzt die frage ja also unsere musik die geht einfach ins ohr und die soll sich da drin verfangen und dadurch wird dann das bewegungsgefühl hervorgehoben tag für tag für tag ist geische du gehst aufs raum und lass das gelbe link um und sie ist ... immer Scheiße auf! Deinen gelben Schal für dich vor Kurzer Deinen gelben Schal für dich Sieh erstmal Scheiße auf! Deinen gelben Schal für dich vor Kurzer Deinen gelben Schal für dich Uuhuhhhh Br 그래서 drama, HEADRALLEN じゃ auch în gelben Schal Darth statul MAKERCULEN Br 같아서 Br так las mutant Sol secre ぁ Sassed MAKERCULEN tort Keinen gelben Schal für dich. Du kochst es. Deinen gelben Schal für dich. Sieh einfach scheiße aus. Deinen gelben Schal für dich. Du kochst es. Deinen gelben Schal für dich. Absolut ekelhaft. Ach, was war die Welt noch so schön, du kochst es. Keinen gelben Schal für dich. BUSTEIME! Sich 1 Zehnt. Keinen gelben Schal für dich. Deinen gelben Schal für dich. Deinen gelben Schal für dich. Zub vostre. Deinen gelben Schal für dich. Sieh einfach scheiß auch. Deinen gelben Schal für dich. Zun continuing. Sieh einfach scheiße aus. Das heißt, eigentlich ist es eine Form von moderner Gymnastik? Korrekt, ja. Also Mutter- und Kind-Touren haben wir abgeschlossen. Jetzt machen wir bewegungsgefühlbezogene Unterhaltungsmusik, eben weil wir unseren Stil ganz schlecht beschreiben können selbst. Ihr seid seit 1996 zusammen. Wie habt ihr es geschafft, euch nicht gegenseitig immer wieder ins Gesicht zu boxen, sondern miteinander gemeinsam liebevoll umzugehen und lange, viele Jahre Musik zu machen? Indem wir uns ab und zu mal ins Gesicht boxen, verbal. Das passiert schon öfters, also wie bei jeder anderen Familie auch. Wir sind halt wie eine kleine Familie, ein schöner Freundeskreis und wir sind ja auch gewachsen. Wir waren erst mal nur wenige Leute und dann standen halt die Freunde im Proberaum mit rum. Denen hat es gefallen und dann mussten sie halt ein Instrument lernen und mitmachen. Für alle Verliebten. Wie der erste Sonnenstrahl an einem Frühjahrsmorgen, deine anmutige, grazile Art. Lässt mich träumen von romantischen Stunden, schon bei dem ersten Blick. In einem Funkelperlenauge spürte ich die Verwandtschaft unserer Seelen. Bei jeder Geste, bei jedem Blick, dann streit deine innere Schönheit. Wie die Schüssel voller Gold am Ende des Regenbogens. Und ich geh langsam auf dich zu und ich schau' mir meine Nacht. Doch jetzt kenn ich in dein Ohr. Baby, 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 baby. Jetzt liegst du hier, aller Natürnseestand. Der Wind umspielt dein gönnes Haar. Am Horizont erscheint ein Rutsch mit ebenem Prinz. Dein Herz schlägt im Rhythmus der Hochzeitsglocken. Und ich schreit langsam auf mich zu, denn ich schau' mir meine Nacht. Doch jetzt kenn ich in dein Ohr. Was ist da geht? Denn das muss Liebe sein. Das muss Liebe sein. Ihr macht zwar professionelle Musik, aber ihr lebt nicht von eurer Band. Ne, aber ohne die könnte ich nicht leben. Das ist ein schöner Satz. Das heißt, ihr seid alle noch berufstätig. Wie kriegt ihr das hin? Acht Stunden am Tag arbeiten, dann noch Familie, soziales Umfeld. Wie viel bleibt da noch übrig für die Band? Da bleibt genug übrig eigentlich. Also bei mich brauchst du da nicht fragen. Ich habe keine Familie. Also ich freue mich jeden Mittwoch auf die Probe. Also so viel schon mal einmal die Woche probt ihr und das ganz regelmäßig. Ja, das jede Woche. Das steht. Das ist wie der heilige Sonntag für die Kirchgänger. Ist das der heilige Mittwoch für uns Rock'n'Roller. Das sind so eines der zehn, eurer zehn Gebote. Genau. Ich bin für immer ein Apfel bei Papier. Ich trinke ihn mit Wasser oder auch nur, einfach nur mit Bier. Ich bin für immer ein Apfel bei Papier. Ich trinke ihn mit Wasser oder auch nur, einfach nur mit Bier. Ich trinke ihn mit Wasser oder auch nur, einfach nur mit Bier. Apfelwein ist das Blut dessen. Danke! Seid ihr gerade am aktuellen Album irgendwie zu arbeiten? Oder habt ihr gerade was veröffentlicht? Was ist bei euch in der Pipeline? Nee, gar nichts. Wir werden ein paar tolle Videos von hier bekommen. Gehen wir mal von aus. Also ich höre die Leute schon unten brüllen. Ja, also das ist jetzt das Projekt. Wir haben eine CD aufgenommen, aber das ist jetzt auch schon wieder vier Jahre her. Wir sind da ein bisschen langsamer, was das angeht. Wir sammeln wieder neue Ideen, machen neue Songs, aber nichts auf Celluloid oder CD oder als Film. Das ist ja auch bei uns schwierig, weil bei uns ist eine offene Probe. Also jeder, der Lust hat, der kann noch vorbeikommen. Und deshalb ist es auch oft schwer, was Neues zu machen. Wenn wir was Neues machen, gibt es dann immer so separate Proben, wo man ein bisschen, weil mittlerweile ist dieser Mittwoch nicht nur für uns Bandmitglieder heilig, sondern es kommen auch einige Gäste. Alles ist klar, alles ist klar, die Zünder am Start und erwartet auf das Partysignal. Alles ist klar, alles ist klar, die Zünder am Start und es ertönt der Partyalarm. Und er zündet die erste Phase, sein Ziel ist vorbestimmt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, die heiße Siebe geht. Ein Schudel reißt ihn mit sich, zieht ihn in den Orbit rein. Die Nacht, dass wir verheben, alle werden glücklich sein. Get ready for takeoff! Er ist der Party-Astronaut! Immer schön wohl und tut der laut! Er ist der Party-Astronaut! Immer schön wohl und tut der laut! Er ist der Party! Er ist der Party! Oh no! Alles ist klar, alles ist klar, Oberursel am Start, Ursel am Start! Und er wartet auf das Party-Astronaut! Alles ist klar, alles ist klar, die Zünder am Start, und es ertönt der Partyalarm. Und er zündet die nächste Phase, die Welt fängt sich an zu fliehen. Jetzt hängt er an zu tanzen und an bunte Lichter schenken. So schlägt er durch das Weltrad, schlechte Schwingungen werden verbannt. Und jeder, der gut drauf ist, dem reist der seine Hand. Oberursel, are you fucking ready for takeoff? Er ist der Party-Astronaut! Immer schön wohl und tut der laut! Er ist der Party-Astronaut! Immer schön wohl und tut der laut! Er ist der Party-Astronaut! Er ist der Party-Astronaut! Er ist der Party-Astronaut! Eben, neun, jawoll! Jawoll! Pass auf! Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir mit dem Konzert von Tinnitus Project. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Band, die aus Friedrichsdorf kommt. Und frei nach einem Spruch von Andy Warhol, 5 Minuten Ruhm. Heißen sie auch so, 5 Minuten Ruhm aus Friedrichsdorf, machen eine Art Deutsch-Punk. Und ja, es sind eine Deutsch-Rock-Kombo. Deswegen jetzt viel Spaß mit 5 Minuten Ruhm. Musik Schon als kleines Kind hat man dir gesagt, sei schön leise und sei schön brav. Und so geht's weiter, Jahr für Jahr. Immer nur gebückt, immer unsichtbar. Doch diese Zeit ist jetzt vorbei. Der Phönix spreizt die Flügel und hebt ab. Mit deinem Schrei. Du liebst es laut, denn laut ist geil. Ich lege es auf und fühle dich frei. Es kann es nicht noch deinen Trillen. Denn das Leben ist viel zu, kommt um immer leise zu sein. Wir hören zwar eher zu den Lizenten, aber manchmal muss Zeit voraus. Wenn wir euch feiern sehen und diese Stimmung spüren, halten wir es auch nicht raus. Dann wird getrunken und gelacht und jede Nacht zum Tag gemacht. Bis das Morgen grau lacht. Wir lieben laut, genau die Zeit. Wir drehen auf und fühlen frei. Kommt alles nicht auf diesen Trillen. Denn das Leben ist viel zu, kommt um immer leise zu sein. Wir machen uns auf den Trillen. Das Leben ist viel zu, kommt auf den Rand. Wir machen uns über den Trillen. Das Leben ist viel zu, kommt um immer leise zu sein. Wir machen uns immer leise zu sein. Über den Trillen, wir müssen uns auf den Trillen. Wir machen uns auf den Trillen. Wir sind verpönt. Gilten diese alten Gesetze des Punk-Rocks noch oder macht ihr neuen, authentischen, aktuellen Punk-Rock? Also ich bin generell eh kein Fan von alten Gesetzen. Von daher würde ich sagen, ich glaube, wir haben da einen guten Mittelweg gefunden, dass wir das trotzdem alles ordentlich mit reinpacken können. Ohne, dass wir irgendein altes Gesetz mitnehmen müssen. Und wenn ich dieses Interview von euch lese, gefühlte 30 Jahre Punk-Rock-Energie und 200 Prozent. Also seid ihr schon 30 Jahre zusammen? Ihr seht beide noch so jung aus. Ja, also ich bin nicht mehr so jung. Andi schon. Aber wir sind keine 30 Jahre natürlich zusammen. Aber Martin, also unser Basser, der jetzt hier nicht dabei ist und ich, wir machen schon locker 30 Jahre zusammen Musik. Wir segeln unter keiner Flagge, der Kompass ist unser Gefühl. Keiner spannt uns vor den Karren, never ever, und spielt mit uns ein falsches Spiel. Etiologien, stechen über Bord, echt da, wo wir sind, wir wollen wieder fahr'n. Und es ist wie ein Schaum, der ist weh Auf großer Fahrt, so netter Glück Manche eine Reise, Bahn vergeb' Kammer 1 ist gewiss, es führt kein Weg zu Auf unserem Schiff gibt's viele Farben Für dich bunt und nicht schwarz, weiß Und wenn die See auch manchmal raucht und unruhig ist Hier ist keiner, der die Segel streicht Teleologie, gehen über Bord Hier fehlt nur der Weg, hier fehlt nur das Wort Wir sind Piraten, mehr als Leben auf großer Fahrt Hey, tun wir das Glück Manche eine Reise, Bahn vergeb' 1 ist gewiss, es führt kein Weg zu Und wenn sich manchmal das Schicksal Wie ein Mantel aus Blei auf unsere Schultern legt Blicken wir doch nach vorn, wo am Horizont Lüten die Sonne, auf Dobrik Ohohohohoh Ich hab alles in den Mund und ich schreibe kein Geht-o-wein. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen darüber geredet, weil ich denke immer, ich bin ja noch oldschool, für jede Band ist es total wichtig ein Album zu machen, aber irgendwie hast du dann auch gesagt, ja wir haben zwar eine Menge Layouts angelegt, aber eigentlich veröffentlicht ihr nur Singles, also das heißt einzelne Titel und die werden veröffentlicht, weil kein Mensch mehr ein Album kauft, ist das so? Das ist so genau, also es ist schwierig gerade für kleinere Bands, man produziert eine CD, ein komplettes Album und das kostet ja sage ich mal einen Betrag x, also sagen wir einfach mal 15.000 Euro an erst mal Produktionskosten, Studiokosten, Mastering, CD-Produktion, dann hast du noch kein Marketing, gar nichts und ja und dann ist halt die Frage, wer kauft wenn die CD ist, denn du bringst die Songs natürlich auch auf Spotify raus, weil anders geht es ja auch nicht mehr und dann sagen da viele, ja warum soll ich die CD kaufen, ich bin eh bei Spotify, Amazon Music oder Apple Music und kann das streamen und dann holst du diese Kosten holst du ja durch die Streams nicht rein und was du beim CD-Verkauf früher schon hinbekommen hast und das funktioniert dann. Morgens raus, Kaffee rein, Dusche an. Stürze aus, Kaffee rein, Dusche an. Aus dem Haus springe in die Bahn, auf dem Weg ins Hamsterrad. Das wird wieder ein gebrauchter Tag. Alle hier starren mich an, als ob ich Wilhelm irgendwas kann. Als wäre ich Schuld an ihrem Verdruck. Ich merke, dass ich hier was ändern muss. Hey, was geht denn nach dir? Hey, ich glaube ich kann nicht mehr. Lass uns rennen, bis zum Zeitpunkt schlecht. Und tanzen, bis jetzt zusammenbrechen. Für uns ist kein Weg zu weit, denn das ist unsere Zeit. Lass uns träumen, nie mehr wach'n. Und nur noch verrückte Sachen machen. Verlebt nur einmal, also macht's bereit. Denn das ist unsere Zeit. Hey! Hey! Komm nach Haus, konzern Bier auf. Schmeiß mich auf die Couch, wie immer schlecht drauf. Die Werbung sagt mir, was mir noch fehlt. Damit die Lehre mich nicht mehr quält. Jeden Tag der gleiche Frust. Ich merke, dass ich hier was ändern muss. Das Leben nur, weil Leben immer heißt. Wenn man seine selbstgebauten Bauern einreist. Hey! Das wäre nach mir. Hey! Ich glaube ich kann nicht mehr. Lass uns rennen, bis zum Zeitpunkt schlecht. Und kass uns, bis zum Zeitpunkt schlecht. Für uns ist kein Weg zu weit. Denn das ist unsere Zeit. Lass uns träumen und nie mehr wach'n. Und nur noch verrückte Sachen machen. Verlebt nur einmal, also macht's bereit. Denn das ist unsere Zeit. Und nur noch verrückte Sachen, bis zum Zeitpunkt nicht mehr wach'n. Lass uns rennen, bis zum Zeitpunkt nicht mehr wach'n. Und tanzt, bis wir zusammenbrechen. Für uns ist kein Weg zu weit. Denn das ist unsere Zeit. Und lass uns träumen und nie mehr wach'n. Und nur noch verrückte Sachen machen. Verlebt nur einmal, also macht's nicht bereit. Denn das ist unsere Zeit. Hey! 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 Menno, mano, menno, mano. Also ich bin ja total verliebt in den Mann mit dem Hut. Ihr wisst, wen ich meine. Und es ist einfach ein tolles Gespann. Die Jungs vom Tinnitus Project und von 5 Minuten Ruhm. Ich hoffe, ihr geht auf ihre Konzerte, geht auf ihre Webseite, liked sie und schreibt ihnen einfach, was ihr von ihren Konzerten oder was ihr bei ihren Konzerten empfunden habt. Seid der regionalen Musikszene weiterhin gewogen. Wir zählen auf euch und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Newcomer-TV-Folge wieder hier. Das war der wunderbare Jochen an den Kameras und am Ton und der Seppel am Mikrofon. Ciao, arrivederci, bis bald. Bis bald.